Wir befinden uns jetzt hier vor diesem wunderschönen Regal, mitten im Kokos. Und hier ist heute und morgen eingezogen Caprice. Das ist eine Marke aus Hongkong, auch in Singapur, Dubai, Paris und USA. Ja, und weißt du, was ich jetzt machen will? Also, ich suche mir jetzt mal die allerschönste Tasche raus, ja? Also, die hier gefällt mir. Moment, kurz zur Seite schieben. Die hier gefällt mir. Die gefällt mir. Die da oben gefällt mir. Die gefällt mir auch. Moment, eine muss ich mal kurz abstellen. Bevor die runterfallen, lege ich sie lieber hin. So, dann die gefällt mir auch. Und... Die finde ich auch ganz schön. Die hat so was extrem orientalisches. Die gefällt mir auch sehr gut. Und... Also, jetzt muss ich mal überlegen, welche ich mir gleich kaufe. Ich liebe solche Tonika-Ansichter. Wahnsinn, wunderschöne. Und jetzt sagt man mal, was sie doch richtig gut sind. Und jetzt habe ich schon wieder was ganz tolles entdeckt. Also, das finde ich toll. Ich finde das toll. Ich finde das toll. Ich finde das toll. Schau ja. Wenn das nicht toll. Schauen wir uns doch mal den Preis an. Ich finde das toll. ... Ich finde das toll. Vielen Dank.